An warmen Tagen freuen wir uns, wenn wir unsere leichten Sommerkleider und Röcke anziehen können. Denn nichts ist angenehmer als die Sonne auf unserer Haut zu spüren. Besonders schön sieht es aus, wenn unsere Beine glatt und haarlos sind. Dafür benutzen die meisten Frauen einen Nassrasierer. Das geht mit ein bisschen Übung schnell, meistens schmerzlos und unkompliziert. Hält in der Regel aber auch nur rund einen Tag, denn dann spürt man schon die kleinen Stoppeln nachwachsen. Andere Frauen nutzen lieber Enthaarungscreme. Die ist einfach anzuwenden und löst die Haare oberhalb der Wurzel auf. Das hält rund eine halbe Woche. Kommen wir jetzt zum Wachsen. Hierbei werden die Haare mit der Wurzel entfernt. Das Ergebnis hält mit dieser Methode sogar bis zu einem Monat. Aber wie funktioniert das eigentlich genau? Und kann man das auch zu Hause anwenden? Wir haben es uns genauer angeschaut. Los geht's! Grundsätzlich gibt es zwei Sorten. Das Kalt- und das Warmwachs. Kaltwachs ist in der Regel auf Papier- oder Fließstreifen befestigt und wird mit ihnen einfach auf die Haut geklebt. Das Ganze wird dann ruckartig entfernt. Je nach Stelle kann das etwas ziepen. Warmwachs dagegen gibt es nicht auf Streifen, sondern in Töpfen und Tiegeln. Man muss es also zuerst erwärmen. In der Mikrowelle oder im Wasserbad. Es gibt inzwischen aber auch Produkte wie das Weed Spa-Wachs zum Beispiel, die es uns noch einfacher machen. Ihr Vorteil? Das Wachs wird elektrisch auf die ideale Temperatur erwärmt und behält sie auch während der gesamten Anwendung. Und das funktioniert so. Je nachdem, was enthart werden soll, nehmen wir die gewünschte Menge Wachsscheiben. Etwa zwei benötigen wir zum Beispiel für ein Bein. Die Wachsscheiben legen wir dann nacheinander in das Gerät, schließen den Deckel und warten, bis das Wachs erhitzt ist. Das dauert ungefähr 30 Minuten. Es bleibt uns also genug Zeit, um uns von dem angenehmen Duft nach Purpurlilien und süßer Feige sowie der warmen Beleuchtung verwöhnen zu lassen. Wenn das Wachs die ideale Temperatur erreicht hat, tragen wir es einfach mit dem Spatel auf. Und zwar etwa ein bis zwei Millimeter dünn in Haarwuchsrichtung. Dabei hilft es, den Spatel wie einen Honiglöffel zu drehen, um die gewünschte Menge Wachs aus dem Gerät zu nehmen. Je nachdem, wie der Spatel gehalten wird, entstehen so schmalere oder breitere Streifen. Und noch einen Unterschied gibt es zum gewöhnlichen Warmwachs. Die neuen Produkte, wie VED Spa Wachs, kommen ganz ohne Fließstreifen aus. Stattdessen tragen wir das Wachs am Ende des Streifens etwas dicker auf. Jetzt nur noch kurz antrocknen lassen und dann das Wachs am dickeren Ende so schnell wie möglich entgegen der Haarwuchsrichtung abziehen. Fertig! So, nun heißt es nur noch eventuelle Reste mit etwas Wachs entfernen und sich bis zu vier Wochen über seidenglatte Haut freuen. Und nicht vergessen, nach der Anwendung das Gerät ausstecken. Das übrig gebliebene Wachs kann man ganz einfach darin erkalten lassen. Das kann beim nächsten Mal zusammen mit neuen Scheiben wieder erwärmt werden. Alles klar? Dann viel Spaß beim Ausprobieren! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!